Ich glaube, dass wenn wir neu aufbrechen, eine Veränderung angehen, uns von Gott rufen lassen, dass es sich manchmal anfühlt wie Wildnis. Da ist Faszination und da ist Bedrohung. Und seit Jahren frage ich mich, wie wir mit dieser Wildnis zwischen Faszination und Bedrohung umgehen können. Wie wir ein Feuer schüren können, das es da draußen in der Wildnis braucht. Wie wir Gott da draußen begegnen. Und wie wir Verbündete finden, die mit uns auf dem Weg sind. Über all das spreche ich beim nächsten Willow Kongress im August in Leipzig. Und ich freue mich so sehr darauf, euch zu begegnen. Bis zum nächsten Mal.